Um 15.30 Uhr am Strand heißt es wieder viel Volleyball. Lass mich faszinieren von unvergesslichem Ballwechsel. Spannend und viel Spaß mit Mirko und Jack. Um 16.30 Uhr am Schachtritt haben wir dann wieder wie jeden Tag unser Jkw-Kurz für jeder krank mitmachen. Wieder ein paar schöne Frisphagen. Toller Gewinn abzuschrauben mit meiner Wirklichkeit und dem Luxi. In der Bar Loppa Loppa heißt es dann um 17.00 Uhr Poker, Einsteigerkurs, Texas Wohnen. Für alle, die das Blöck mal lernen wollen, sind herzlich eingeladen, zur Bar zu kommen und mit Jack zeigen euch, wie es geht. Was haben die Wellfit-Milz noch um 16.30 Uhr? Er robbt 45 Minuten auf der Wellfit-Ebene. Um 17.00 Uhr Bauch, Beine, Po 45 Minuten auf der Wellfit-Ebene und um 18.00 Uhr Stretch and Flex 30 Minuten ebenfalls auf der Wellfit-Ebene.